Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Anhandticket und heute habe ich das Spiel Stellaris. Ich werde jetzt erst noch kurz Stellaris spielen, weil ich meinen eigenen Account wieder suchen und ich bin jetzt gerade auf dem neuen Account und muss jetzt erst mal das Dingenspiel spielen, das Tutorial, damit ich dahin komme und das sind schon fast zehn Minuten, deswegen werde ich jetzt das erst mal kurz aufnehmen und dann sehen wir uns gleich wieder beim Spiel. Bis gleich. Und da wären wir wieder. Genau gerade sind die zehn Minuten um. So, ich schau, wie spät ist es? Warte mal. Okay. 6.53 Uhr. Auf dem Rechner, Möglichkeit nicht. Der Rechner hat auf eine andere Uhrzeit. Obwohl er eigentlich angemeldet ist über Dingens. Na egal. Gut. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen rumdrücken. Da drücken wir mal. Ich soll bauen. Okay. Noch mehr bauen. Okay. Und was bauen wir jetzt? Die Plattform wird immer größer. Nicht, dass dabei zur Seite wegfällt. Aufwerte. Und jetzt. Und jetzt. Mission completed. Building complete. Das geht so schnell mit dem Baum. Gleich bin ich pleite. Mission completed. Building complete. Oh. Gratis. Entforschung. Ressourcen. Ich brauche Ressourcen. Oh. Nicht genügend Ressourcen. Ich brauche mehr Energie. Ich bin bei minus 3000. Hoah. Hosi. Uh. Es geht so schnell. Das geht so schnell! Und jetzt. Sport wird im Graben soit pušenig. Gut. Profeng. Minus 1000 noch. Was ist jetzt da los? Habe ich keinen Titel? Alle Titel? Ne, ich habe keinen Titel. Das ist ein Geschenk. Was soll ich denn noch hier machen? Geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Was soll ich denn noch hier machen? Ach so? Geht doch gar nicht. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Meine Güte. Und da ist noch ein Punkt. Tägliche Aufgaben. Ne, das war tägliche Aufgaben. Hier, sammeln, sammeln, sammeln. Ich brauche 500 Punkte. Ah ne, da oben. 150. Also geht das hier oben bis 150 und dann geht es um den weiter sozusagen bis 250 bis 500. Bei mir leben 2000 Einwohner. Ich habe eine Energie von minus 1000. Das ist mal richtig schlecht. Denke ich mir mal. Da habe ich ja noch mehr Minus. Mei, ne Güte. Warum sagt das Spiel, soll ich sowas machen? Ach so, Arbeitsschiffe geht also nicht mehr. Gut. Ich muss was bauen, damit ich mehr Strom habe. Schiffswerft. Lager. Generator. Wo ist denn hier Generator? Universität. Akademie. Schiffswohnort. Schiffswerk. Br directly. Schiffswerft. 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 Ach so, die ganze Kern. was ist das wohnort na gut dann müsste es doch irgendwie schon so richtig sein Gebäude bauen es wird wieder ein bisschen mehr in die Gare es wird wieder ein bisschen mehr in die Gare das verstehe ich hier nicht ich brauche mehr strom für meine forschung schließen ok anführer ok die ist jetzt auch level 15 und eine habe ich dann noch jetzt ist es level 16 über den jungen haben wir einen jungen und eine frau auf level 16 obwohl das eigentlich auch egal wäre ob es junge oder frau ist ok die beiden sind hier ziemlich gleich ich bin die andere frau nur das man schon besser wer nach 23 von 10 und und so dass wir noch ein Eine Kriegerin, was ist das da? Nur im Notfall. Wo kriege ich Energie her? Wo und wie? Geht immer noch nicht, ich brauche 2.000 plus, also ich habe minus 1.000. Ah, jetzt habe ich Plus, jetzt habe ich Plus, endlich, ah, ich habe es geschafft. Neue Nachricht, Nachricht schreiben. Uhhh. Das war's für heute. Am 2.11. wurde ich aus der Gede geschmissen. Das heißt, der 11.2. seien die... Ne. Am 2.11. Die haben mich aus der Gede geschmissen. Dann dürften wir hier nichts sein. Ne, alle gelten. Level 15. Das ging ja schnell. Erfolge. Abhole. 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 Okay. Okay. Abhole. 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 Der mit dem E ist immer aktiv, ok, der ist aktiv und der ist aktiv. Was habe ich hier jetzt? Die beiden sind nicht zugewiesen, ok, dann machen wir hier einmal bei denen 10, bei denen machen wir 10, ich muss öffnen, weil das Facebook Ding ist da auch schön, denn das nervt ja ganz schön immer. Bei denen nehmen wir 10, und bei der nehmen wir jetzt 1, 2, bei der nochmal einmal, gut. Alles schon verteilt, hier blinkt wieder was, ein Notfall, blinkt ja schon die ganze Zeit. Ah, jetzt hier einmal einsammeln. Forschung, Ressourcen. Falschung. 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 Schiebt aber schön aus. Da passt noch was in die Mitte rein. Hier auch, das sind zwei Löcher, da auch ein Loch. Naja, ich pflanze das hier immer irgendwo rein. Ich glaube am Anfang wollte ich das machen, dass da hinten so das Wohnviertel ist, hier so Arbeitviertel und hier so wie Akademie, Bildungs- und Freizeit. Das wollte ich am Anfang glaube ich so machen. Aber jetzt habe ich heute alles durcheinander gebracht. Schließung. Oh, schön. Was war das jetzt? Auskunft. Scannen. So. 2 Stunden und 27 Minuten? Alter Verwalter. Das dauert hier lange. Das sind 20 Minuten und mich weiterhin dehnen. Okay, dann gehen wir auf zurück. Das war ja unterwegs, 2 Stunden. Musik ist die Sprache der Seele. Die Sprache der Seele. Verschriftlich sein. Musik ist die Sprache der Seele. Musik ist die Sprache der Seele. Musik ist die Sprache der Seele. Ich habe nichts davon erforscht, dafür kann ich nichts davon bauen, ok. Ah, da muss ich auch noch die Sachen einzeln erforschen, Schild, also das ist jetzt nur, ich kann gucken, wie ich etwas erforscht habe, interessant, interessant. Zum wieder aufleveln, ach einen neuen, wann habe ich den gekriegt? Der ist genau wie die ganzen hier, ah ne, die war ein bisschen anders, ja. Aber die ist so wieder dahinten, also die dreht sozusagen anders, Krieger, ah, ist aber mal das Zeichen hier, Krieger, Krieger, der hat ein Haus, Haus, Haus. Und die hat, was für ein Zeichen hat sie? Ich kann keine mehr rekrutieren, hm. Ah, Wissenschaft. Ok. Kommando habe ich, zwei Stück, drei Beamte und einmal Wissenschaft. Täglich hier wieder fertig. Jetzt werde ich mal kurz was ausprobieren. Was ist der Bonus? Habe ich schon gemacht vorhin. Ok, probieren wir mal kurz aus. Das ist das hinfahren. Später. Ich wollte schauen. Flotte Kommandant und Flotte eins, da muss ich die eine Frau holen, die hier. Genau. Ok. Ich hab auch hier. Ok. Ich hab auch hier. Ok. Ok. Jetzt haben, glaube ich, alle eine Arbeit. Außer der neue nicht. Hier muss ich. Hier muss man auf so viele Sachen überachten. Das ist ziemlich umfangreich, das Spiel. Naja, ich gehe mal auf die Tages-GGC-Belohnung für monatliche Abo-Karte, jährliche Abo-Karte an einem Kampf teilnehmen. Es sei dann an einem Kampf teilnehmen. Das Wombe nicht. Ich weiß es nicht. Ne, das bin ich nicht. Hier hat es geblinkt. Irgendwo. Das blinken erstes nur durchs Zoom. Jetzt müsste es hier mal blinken. Okay, das, das und da ist es. Da, viermal. Ach, da. Da, viermal. Da, viermal. So, komm ich da wieder raus. So, ich bin wieder an der Basis zurück. Das ist dann der Planet. Oh, ne. Da, viermal. Da, viermal. Oh, Entschuldigung. Pirat und Flotte angreifen. Flotte 3, Flotte 2, äh 1, 1 und 3. 2 gibt es nicht mehr. Also, das ist mein Zeichen hier. Das sieht doch gut für mich aus, obwohl ich noch ein bisschen stärker bin. Red Bartok. Wo ist denn die Flotte 3 hin? Hm, dann halt nicht. Das schafft auch die Flotte 1. Los. Jawoll. Jawoll. Mission completed. Red Bartok. Also, das ist das Zeichen, das ich da bin. Zurückrufen. Muss man auch jedes Mal zurückrufen. Muss man auch jedes Mal zurückrufen. Was ist das da? Ein Arbeiter? Da. Das ist das. Achtung? reparieren 22 minuten muss ich dann auch später wieder selber zurückrufen das ist ja dann doof also ich bin bei COM und die fahre nach uns keine ahnung wie das hieß also da bin ich und ich fliege mit meinem schiff gerade nach hier hinten heimaußen rum warum kann ich hier durchs schwarze Loch fahren ich habe eine quest fertig sehe ich gerade drei kämpfe Spende eine Allianz, dann erstelle ich mal eine Allianz, habe ich, habe ich, super perfekt, erstmal Flagge bearbeiten. Gibt es hier so eine Art Hund, ich nehme mir immer gerne so eine Art Hund. Ein roter Hund auf dem weißen Hintergrund, das sieht eher aus wie ein Phönix, eine Ente, das könnte ein Ochse sein, ein Widder, ich habe kein hundeähnliches Ding gesehen, schade, schade. Nein, nämlich die eine Faust, wo ist die? Nicht die, die andere, die war doch davor, irgendwo. Also wenn ich was gesehen habe, ich es dann später haben möchte, ist weg. Nun mal erst mal die. Okay. 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 Ich kann mich sagen. mit Tiere das könnte eine Spinne sein kann man die Farbe nicht noch ändern? doch geht also noch mal ah hier rott immer mit dem grünen Hintergrund ne hier ist die andere ich hätte gerne Weiß aber Weiß gibt es nicht dann ganz rot ganz rot und da ist die Faust, die wollte ich haben vorhin ah naja jetzt haben wir sie ja gefunden gut kann man die Farbe von denen nicht auch noch ändern? sieht nicht da noch aus das ist nur für das hier das ist nur für das hier ach nein ich habe vergessen zu speichern schlag bearbeiten erstellen so sprache alle Namen wie soll ich heißen? war war die hier war da die german da ist mir j groß b kleines d großes j und erstellen. Hippie. Okay. Gehen wir mal wieder dahin und sammeln. Fregatten bauen. Bauen und bauen. Da bauen wir. Eh. Boost. Nein, nein. Da bauen wir dann. Den noch rein. Ach, bauen bauen. So war das. Gut, 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 gut. Forschung. Ressourcen. War auf 3. Nochmal jetzt den hier. Und... Gebäude bauen. 7 Minuten. Den hier. Und täglich einsamen, einsamen, einsamen. Jawohl. Später, später. Das sind noch ganz schön viele Aufgaben. Events. Super, super. Hier haben wir... Hier haben wir... Ah, ich kann wieder jemanden anheuern. ... 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 Löschen, alle löschen. Was war das? Okay. Ich muss noch 2 Freegatten bauen. Für die eine Quest. 3 Kämpfe-Teile. In 11 Minuten. Wo sind denn hier Feinde? Radar. Scannen. Angriff. Jetzt klappen wir mal mit denen hier an. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist der eine, den ich losgeschickt habe, der den einen Planeten untersuchen sollte. Der ist jetzt auf dem Rückweg. Deswegen, der ist in 10 Minuten da. Okay. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Eingriff. 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 Ui. Eingriff. 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 ok größer machen geht nicht zurück das meine schiffe die zurückrufen zurückrufen oder ne warte mal zurückrufen noch einen kampf machen eine spende an der gilde start wirtschaft spenden schiff Noch einmal am Kampf dran teilnehmen. Oh, 530, das schaffe ich nicht. Angriff. Okay. Die schaffe ich mit der hier. Gut, dann war das auch fertig. Spende dreimal. Das war also auf Wirtschaft oder auf Spende. Spende mal ein Kredit. So, dreimal gespendet. Fünfmal spenden. Okay. Wirtschaft. Wenn ich... Spende. Wirtschaft. Spende. 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 So, dann haben wir diese tägliche Quest auch schon fertig. Acht Kämpfe jetzt. So. 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 Was ist das? Stücke? Okay Zwei Arbeitsschiffe Beide sind An Arbeiten Der braucht Zwei Minuten dafür Und der braucht Drei Minuten Gut Was ist das da vorne? Auch Müll? Gas Kann ich auch sammeln Langsam kommt man da wieder so rein Nach einer Zeit Nach wie lange? Eine Stunde jetzt? Keine Ahnung Ich kann mal gucken Ja, fast Und dann werde ich es wieder sehr lange nicht spielen Und dann vergesse ich wieder alles Okay Gleich haben wir es geschafft Gleich haben wir es geschafft Sammeln 10 Geld Wo kriegt man Geld her? Also auch hier Was ist das da? Elektrizität Das ist Geld, oder? Mineral Das ist Gas Was ist das? Elektrizität Das und das ist das gleiche? Okay Ha So Ich glaube ich muss meine eine Flotte mal kurz reparieren Erstmal machen wir hier Forschung an Und Und Machen wir ein Bauprojekt an Und Jetzt Reparatur der Flotte Wo macht man das? Wo macht man das? Das sind die Queste Das ist Beschleunigen des Schiffs Ja Erfolge Jetzt neu Abholen Bis zum hell ran Wir werden Stelle Verhältnis Abonniert Objektiv Abonniert Wir haben Zeit Abonniert 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 Ach hier, unten steht das Reparatur. Bisschen warten, 500, da schaue ich nicht, da kommt mal eine große Flotte an, oh, die scheint aber sehr klein zu sein. Im Vor, Übersicht, das schaffe ich nicht, zurückrufen, ok, lebt er noch, wo ist er hin, wo ist er hin, mein Captain? Bearbeiten, alle löschen, ok. Bearbeiten, alle löschen, ok. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ich probiere es immer wieder, da gibt es aber nur zwei Arbeitsschiffe, so ein Mist. Wieder in der Basis reingehen. Ich muss immer noch den einen erforschen, ok. Ich habe ihn ja zurückgerufen. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 Okay. Am besten ist, ich löse alle Flotten auf und mache eine neue Flotte. So, dann werde ich jetzt mal sagen, ich denke mal, das war es für heute. Noch eine Daily Fertig, schön. Das sind nur noch ein paar Punkte, 20. Wenn ich noch zu viel Kämpfen mache? Genau. Also das Schöne ist, die Fahrt nun mal wieder automatisch zurück. Und da muss ich nichts haben, von wegen, ja, zurückkommen. Okay, dann haben wir hier noch einen Piraten. Und ich brauche noch vier Kämpfe. Zu schwer, zu schwer, zu schwer, da ist die Elite, viel zu schwer, auch zu schwer. Ja, 265, ich glaube, da würde ich ordentlich schaffen. Nein. Nein. Ach Mensch, gibt es hier keine Schwachen. Mach es mal 65. Na egal, nehmen wir den, fahren mit den an. Angriff. Und schicken beide hin. Ja. Noch fünf Punkte. Noch fünf Punkte habe ich für ihn, ja. Eine Minute. Bitte. Bitte. Ja. 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 Na, na na, na. ok bin wieder da noch fünf punkte fehlen uns dann haben wir es geschafft habe ich jetzt gewonnen oder verloren okay beide zurück warum leuchtet er so ich denke da muss man was machen oder da auch und wieder einen erfolg holen abholen jetzt muss ich reparieren lassen statt zum betreten ich wollte mal diesen weg lang gehen hier haben wir den abführer natürlich den schwächsten aufwerten bearbeiten alle löschen ok noch drei kämpfe für uns oder fünf sachen einsammeln oder zehnmal Gel einsammeln. Was ist Gel? Gel. Gel. Gel oder Gel. Das ist Gel. Ja. Hier was zum nächsten Kampf. Das waren hier um die Schwachen. Angriff. Flott in Verwaltung. Reparieren. Beschleunigen. Eine Minute. Den muss ich ja nicht reparieren. Der hat doch nur zwei Schiffe drin. Ich habe keinen Newtown dabei. Gehe ich mal kurz das einsammeln und dann schauen wir doch mal kurz einer Basis nach. Gratis. Ich wollte schon wieder hier. Ich muss da drauf drücken. Eine Newtown bauen. Und beim anderen bauen wir eine Horizont. Forschung. Wenn wir hier anfangen. Und Bauprojekt. Wenn wir hier weitermachen. Natürlich um Hilfe bitten. Auch wenn keiner da ist. Vielleicht kommt ja jede Minute einer rein. Der hilft mir sofort. Ja cool. Gut. Dann haben wir jetzt das wieder fertig. Gehen mal hier rauf. Müssen wir noch zweimal angreifen. Aber ich werde jetzt was machen. Ich möchte den angreifen. Machen wir auf flotten Bearbeitung machen. Ich habe 38 Corvettes. Und drei Fregatten. Hier ist keine Fregatte dabei. Übersicht. Flotte auflösen. Flotte auch auflösen. Jetzt werden wir eine neue Flotte machen. Mit Werner. Auswählen. 30. Und eins. Können die Flotte nicht umbenennen. Na gut. Dann kommt hier eine neue Flotte hin. Auswählen. Okay. Jetzt sieht es auch schon viel besser aus. Zurück. Jetzt können wir auch den angreifen. Okay. Jetzt können wir den angreifen. Okay. Schauen wir uns was ganz mal hier kurz an. Wie schnell es geht. Und jetzt sehen wir uns. Jetzt kommen wir uns auf die Flotte hin. Dann kommen wir uns auf die Flotte hin. Jetzt kommen wir uns auf. Dann kommen wir die Flotte hin. wieder nach hause schicken muss. kein schiff ist auf verfügung. arbeitsschiff ist auch gleich da. ok arbeitsschiff da mineral sammeln. was ist das da? flotte geschwindigkeit. ich glaube ich brauche jetzt noch einmal einen kampf dann müsste ich ja fertig sein. angriff dieser flotte greife ich an. rara ach brauchen wir nicht. so dann schicken wir nochmal den jungen mann da los zum scannen angedockt angedocktes forschung ach die ist so schnell und der andere der braucht so lange ich verstehe ich verstehe ok ich mich jetzt hier und wo wird geschossen wegzu wenn wir auf zurück drücken ach da oben sind sie zurück da wird gerade gefarmt tief wird los und da wird der gefarmt ok kann ich jetzt hier kann ich jetzt hier oh ich kann einen neuen rekruten holen red das wird natürlich jetzt so mein bester kämpfer red weil der red heißt ja das ist nur einer für uns zu hause ein beamter das sieht auch ganz anders aus wie die anderen hat hier so eine porsche mit dran ja ok sieht ja auch sehen auch wie alle mal ein bisschen anders aus aber der fällt mir auf durch dieser porsche und die durch den ganzen raumanzug ja ok gesammelt alles fertig geschafft perfekt schauen wir mal alles zuhause die eine fliegt los diese beiden sind abhaben die ist unterwegs das freut mich dann haben wir das alles auch fertig hier haben wir noch einmal aufleveln level 11 er hat schon ihn überholt er ist halt gut er ist red red ah bei level 10 kriege ich den nächsten welches level bin ich eigentlich aufruf aufruft niedrigest zufriedenheit bei mir gibt es hier grad richtig Probleme Das ist ein Problem. Alle löschen. Und hier? Wie kriege ich meine Leute wieder bei Laune? Aktivität 0 Sind da alle auf 6 Nach und ab 2 1 2 1 2 1 1 1 1 Wie kriegt man so eine Aufruhr weg? Wenn ich das aufwärte vielleicht? Ah, die weltverfügbare Häuser und Arbeitsplätze, als ob das war höher als die Zufrieden hat. Häuser und Arbeitsplätze, okay. Ich weiß. Müssen wir auch schnell rum machen. Nein, das war aufwerten, um Hilfe beten und 3 Stunden, 15 Minuten. Ah, hier. Nehmen wir den. Gratis. Okay, haben wir das schon mal? Ich muss mehr Häuser haben, dann wächst die Zufriedenheit. Beschleunigen. 1, 2, 3, 4, 5. Gratis. Okay, die nächste dann auch gleich. Um Hilfe beten, beschleunigen. 1, 2, 3, 4, 5. Gratis. Oh, das war jetzt 5 Minuten, die ich genommen habe. Egal. Warum immer noch? Aufwerten? Geht nicht mehr. Schüsse. Kein Anführer drin. Hmm. Hmm. Ich bin Kampfrang 1, aber meine Bevölkerung ist nicht zufrieden, aber es ist schon ein bisschen gestiegen, das ist gut. Dann muss ich es anders machen, muss ich den hier aufwerten. Malhefabet überschleunigen, 15 Minuten, ich habe keine Minute mehr frei, ich habe nur noch die 5 Minuten, zurück, hierauf gehen, Aufstand, Aufruhr, Struktur, aufwerten, das muss ich auch noch aufwerten. Beschleunigen, 15 Minuten, kratisch. Mission complete, building complete. Mission complete, building complete. Mission complete, building complete. Jetzt muss ich auch langsam dahin kommen. Ach, das nächste. 20. Mission complete, building complete. Ja Leute, Mensch. Der nächste, oh Mensch, das dauert ja ewig hier. 5 Minuten, 5 Minuten, fertig. Mission complete, building complete. Kann man noch aufruhen. Ah. Gleich sind wir fertig Leute. Ich möchte nur noch die Aufruhr sehen. Ah, endlich. 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 Beschleunigen. 5, 5. Fertig. Gratis. Und den auch nochmal. 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 Ne, geht nicht. Wollen wir nochmal die Universität, damit wir auch was zu tun haben. 10 Minuten. Um Hilfe beten, beschleunigen. Da lassen wir jetzt einmal kurz 40 Sekunden durchlaufen. Kann ich gucken, wie die Zufriedenheit ist. So. Die ist gestiegen. Gut. Jetzt ist nur noch das hier. Äh, die Selbstverteidigung wird durch den Kriegschiff bestimmt ein großer Befall. Kann man mal fährt ein Befall. Ich brauche 200 Schiffe. Und da 600. Oder. Boah. Ich brauche ganz viele Schiffe noch. Heiheihei. Ups. Das war das Falsche. DannQuéeme für die م GEET nobody l encourage. Mist. Mit Company. Pfane. Without Forschung, Ressourcen. Um Hilfe beten. Wenigstens haben wir das eine schon mal geschafft, dass wir da nicht mehr so doof da aber jetzt brauche ich noch ganz viele schiffe wie soll ich das noch schaffen da muss ich ja die ganze nacht durchspielen ok das brauchen wir jetzt gut also ich denke mal das will ich jetzt wieso nicht schafft das dauert jetzt lange 200 schiffe bauen das jahr dauert ja eine ewigkeit meine güte soll ich das schaffen 200 schiffe die spinnen doch wohl 200 bis 600 was heißt das corvette 46 x 200 schiffe oder ich verstehe das nicht so richtig hier steht aber was mit 249 249 randadierer ok mehr kriegsschiffe ich bin dabei ich kann ja auch nicht fliegen ach mensch das ist auch schon wieder fertig das bauwerk na gut ich werde jetzt schluss machen ja das dauert mir soll zu lange ich sag mal dankeschön fürs zuschauen auch wenn ich gerade eine gewollte habe vielen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du nächstes mal wieder dabei seid bis dann mit euch viel spaß und auf Wiedersehen Ciao 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 Ciao